So, hier wieder mal ein kleines Video für die Leute, die mit dem Gedanken spielen, mit dem Modellbau erst richtig anzufangen. Ein Video habe ich schon gemacht, wo ihr erfahren könnt, was man so braucht als Grundausstattung für das Modellbau. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen näher auf die Anleitung ein. Viele sind wahrscheinlich abgeschreckt von der Teileanzahl oder sowas. Lasst euch da nicht abschrecken, das ist alles kein Problem. Gut, wir haben hier, jetzt habe ich mal ausgewählt von einem Revell Jagdpanther. Warum Revell? Weil in vielen Einkaufsläden oder in vielen Spielzeugläden bekommt man hauptsächlich Revell in Deutschland. Und da ist es dann gut, wenn man mal eben so ein Modell mit so einer Anleitung vorstellen kann. Ihr habt hier ganz einfach erklärt, kommen diese Zeichen auch öfters mal in den Bauabschnitten vor. Hier heißt es kleben, hier heißt es nicht kleben. Das muss dann halt zweimal oder dreimal gemacht werden. Hier habt ihr dann eine Option, zum Beispiel, wenn es jetzt eine frühe oder eine späte Version ist, weist euch dann die Anleitung mit dem Fragezeichen dahin, welche Option ihr haben wollt. Wenn ihr zum Beispiel eine frühe Option haben wollt, müsst ihr natürlich die Teile für eine frühe Option machen. Gut, dann habt ihr auch irgendwo mal eine Seite vielleicht, wo ihr ein Rad ankleben müsst, nur auf der anderen Seite genau dasselbe. So, dann habt ihr dieses Zeichen, das heißt, dass da schon auf der anderen Seite das dargestellt ist, wie es angebaut ist. Und hier sind dann Klarsichtteile. Das ist dann nochmal hier mit einer anderen Form der Zahl dargestellt. Denn die meisten Bauteile, die aus Plastik dann sind, haben dann einen Kreis drumherum um die Nummer. Und die Klarsichtteile haben dann hier so eine Ecke drumherum. Dann findet ihr auch noch Buchstaben. Hier ist dann natürlich die Farbanwahl gemacht. A und dann könnt ihr auch genau gucken, was für Farbe ihr braucht. Und vor allen Dingen ist hier wichtig die Farbnummer. Wenn ihr dann in dem Laden seid, wo ihr euer Modell kauft, besteht zu, naja, locker mal 70% die Möglichkeit, dass ihr dann da auch euren Kleber, eure Farbe und allem drum und dran dann holen könnt. Mischen. Passiert auch manchmal, dass ihr eine Farbe mischen müsst. Ich empfehle den Anfängern dann immer, die Tröpfchen-Version zu machen. Und zwar, wenn ihr steht 80 zu 20, dann taucht ihr euer Rührstab in die Farbe ein und macht 8 Tropfen von der Farbe und 2 Tropfen von der Farbe. Das ist das Einfachste. Und so könnt ihr dann immer ein bisschen weiter mischen. Gut. Und wie gesagt, es ist alles mit Buchstaben und hier alles mit Nummern. Und so könnt ihr dann im Regal dann gleich die Nummer finden. Gut. Wenn wir hier so eine Bauanleitung von Revell haben und von vielen anderen auch, habt ihr dann auf der Seite eine Teileübersicht. Denn natürlich ist nicht alles auf eine Platte gespritzt oder auf einen Ast gespritzt, sondern es verteilt sich dann. Das D heißt zum Beispiel mit zweimal, dass das hier zweimal drin ist. Ist ja auch logisch irgendwo. Und zum Beispiel habt ihr dann hier, wenn ihr euch das dann hier anguckt, habt ihr dann hier immer den Buchstaben davor. Und somit seht ihr hier drüben, alles klar, D. Na gut, das ist jetzt ziemlich einfach. Oder wenn ihr jetzt hier die E26 habt, dann guckt ihr, wo ist E. Und hier sind auch überall nochmal die Nummern. Und dann könnt ihr sehen, alles klar, E26, da ist sie. Und gefunden, da. Und so zieht sich das dann jetzt durch den ganzen Bausatz dann durch. Dann würde ich immer sagen, wenn ihr jetzt dann zum Beispiel einen Panzer habt, wo die Laufrollen rangeklebt werden müssen, weil einige müssen nicht rangeklebt werden, viele müssen aber rangeklebt werden, dann empfehle ich euch das hier mit Holzleim erstmal zu fixieren. Weil es kann sein, dass ihr später dann zum besseren Bemalen die ganzen Rollen nochmal abmachen müsst. Und somit kriegt ihr die Rollen auch leichter ab. Oder ihr macht es, wie ihr wollt, klebt sie ran. Es lässt sich dann eben nur ein bisschen schwerer dann am Ende bewerkstelligen. Zumal hier bei einem Jagdpanther, weil der hat so ein ganz banales Schachtellaufwerk. Und da sind dann die Räder übereinander gestellt. Und dann lässt sich dann zum Beispiel hier die Gummierung schlechter bemalen. Da kommen wir jetzt aber auch gleich mit dazu. Wenn ihr dann seht, das Fahrwerk, was da noch alles mit dazu kommt, und das ist dann alles mit davor, überlegt man sich dann doch, dass man es eventuell dann so macht, dass man es am Ende nochmal lösen kann. Wie gesagt, Holzleim, macht einen Tropfen Holzleim da drauf, dann könnt ihr die Laufrolle daran kleben und fertig. Dann bekommt ihr es auch wieder gut ab. Gut, hier haben wir zum Beispiel diese Option. Und da könnt ihr dann auswählen, welche Variante ihr haben wollt. Das sieht man dann hier auch nochmal. Hier entweder mit den beiden Auspuffen oder halt hier der Auspuff von der A-Ausführung des Panthers. Habt ihr dann hier, könnt ihr dann auswählen, was ihr haben wollt. Kleinteile und so weiter, wie Wagenheber und Werkzeug und so weiter, würde ich noch nicht ankleben. Das hat damit was zu tun, weil ihr es dann später schwieriger haben werdet, dieses dann auf das Modell farblich darzustellen. Weil wenn es dann nämlich am Modell wieder dran klebt, dann müsst ihr einen ganz feinen Pinsel nehmen. Und für den Anfang ist es immer sehr schwer. Da empfehle ich dann, dass ihr dann diese Teile erstmal noch lasst. So weit wie möglich am Gussrahmen dann zusammenbauen und dann am Gussrahmen fertig lackieren. Und dann könnt ihr es dann später auf das Modell aufkleben. So, hier haben wir zum Beispiel die Variante mit dem Sternchen, wo ich gesagt habe, dass das eben mal zeigt, wenn ein Teil schon montiert ist oder montiert dargestellt ist. Zum Beispiel haben wir dann hier die Haken, wenn wir dann ein Tarnnetz drüber machen wollen, oder generell ein Netz, dann haben wir hier diese Haken, um dann das Netz daran festzumachen. Also hier zeigt er uns, hier müssen wir es ankleben. Und hier haben wir die E13 schon im fertig montierten Zustand. So, weiter geht's. Es ist auch sehr klar und übersichtlich gestaltet. Lest euch das Ding mehrmals bitte vorher durch. Plant eure Schritte, die ihr machen wollt. Und dann kommt ihr eigentlich auch immer gut zum Ergebnis. Hier zum Beispiel ist es klar, das müsst ihr zweimal machen. Also diesen Bauschritt, denn hier ist er schon fertig dargestellt. So, dann habt ihr hier hinten die Luke, wo die Munition reinkommt und wo man ein- und aussteigen kann. Die könnt ihr dann eben so darstellen, dass sie beweglich ist. Hier ist eine Variante zum Herstellen von Antennen. Ist ganz einfach dargestellt. Ihr nehmt euch ein altes Stück vom Gussast, haltet es über eine Kerze. Bitte, wenn ihr es über die Kerze haltet, dann macht folgenden Trick. Erstens nicht so hoch halten und dann zweitens dreht es dabei. Denn somit wird von allen Seiten, wird dann das Plastik warm. Und wenn sich dann anfängt, die Spitze nach unten zu neigen, nehmt ihr es runter und zieht es dann langsam auseinander. Wenn ihr es nämlich zu nah an der Kerze haltet und ihr dreht es nicht, fängt das Ding Feuer und verbrennt euch. Nur so als kleine Info. Ja und hier, wie gesagt, Werkzeughalterung. Da könnt ihr zum Beispiel diese Halterung, könnt ihr dann schon ans Modell ankleben. Wie es hier dargestellt ist, klebt ihr das dann zuerst ran und dann könnt ihr später, wenn euer Modell lackiert ist oder bemalt ist, dann euer Werkzeug ran machen. Genauso wie hier diese Kettenteile. Würde ich auch erst die Halterung an das Modell bauen und dann später die Kettenteile, wenn sie fertig lackiert sind, einfach mit dran kleben. Und hier genau dasselbe. Also alle Kleinteile, die ihr jetzt nicht unbedingt da ran machen müsst, die sich dann später lackieren lassen, würde ich ablassen erstmal. Denn dazu braucht man sehr viel Übung, um das am fertigen Modell dann später nochmal nachträglich zu lackieren. Wenn ihr ein Kanonenrohr habt mit einer zweigeteilten Kanone, macht auf beiden Seiten, das ist jetzt ein Tipp von mir, mache ich auch sehr oft, macht auf beiden Seiten Kleber ran und dann wartet ihr ein bisschen und dann drückt ihr die Kanone zusammen. Habt keine Angst, wenn jetzt dann hier aus der Klebenaht ein bisschen Kleber rauskommt, das tut euch nur zugute. Denn so könnt ihr dann später besser eure Kanone dann schleifen, damit sie wie ein Stück aussieht. Dann habt ihr ein bisschen überschüssiges Material, was dann rausquillt und damit kann man es dann besser verschleifen. Wenn ihr nämlich das so verschleift, ohne dass ein bisschen Material draußen ist, wird die Kanone dann auf einer Seite zu flach werden. Ist ja klar, wenn ihr es dann abschleift, sieht sie dann nicht mehr so ganz rund aus. Oder ihr benutzt ein Alu-Rohr, aber das ist dann alles fortgeschritten. Macht bitte immer vorher eine Passkontrolle, das heißt also, dass ihr dann zum Beispiel bei komplizierten Vorgängen, wie zum Beispiel hier mit der kompletten Waffenanlage, macht bitte vorher dann eine Passprobe, haltet es also trocken daran, um zu sehen, ob es wirklich auch reibungslos daran passt. Nicht, dass dann nachher versucht ihr es ranzukleben und es eckt irgendwo an, weil vielleicht die Form einen kleinen Versatz hatte oder sowas. Es ist immer blöd, wenn ihr dann Teile schneiden müsst, die dann mit Klebstoff schon voll sind. Das macht sich immer sehr blöd. Gut, hier könnt ihr auch die Waffenanlage auch beweglich darstellen. Hier heißt es zwar, wegen dem Nicht-Kleben, aber ihr werdet es ja dann sehen, dass man zum Beispiel hier keinen Kleber eigentlich braucht, damit sich das Ding bewegen kann. Und hier genau dasselbe. Meine Erfahrung sagt aber, dass die Kanone immer vorne weiter absackt, also klebt sie euch fest. Ich meine, das Ding steht ja sowieso dann später in der Vitrine und da wird die Kanone sowieso nicht mehr bewegt. Hier haben wir dann eine sogenannte Einzelgliederkette. Das heißt, ihr habt mehrere dieser Kettenglieder, die ihr dann aneinanderfügen müsst, um dann diese Kette komplett zu gestalten. Das ist für den Anfänger sehr schwer. Ein Video, wie man das macht, ist in den Favoriten schon mit drin, kommt aber nochmal genau mit dazu, wie zum Beispiel, weil hier steht nicht, wie viele Kettenteile man braucht. Das ist zum Beispiel blöd, da muss man raten oder was. Dafür gibt es auch nochmal einen Trick, den ich euch dann auch da nochmal separat zeige. Da stelle ich die meisten Kettenarten dann vor, die es gibt. Und dann kommen wir darauf nochmal zu sprechen. Gut, ansonsten wären wir dann mit unserem Modell durch. Und dann sind wir bei der Bemalung. So, wir haben hier zum Beispiel eine Tarnschimmer-Variante und zwar aus Frankreich. So, was macht man zuerst? Man macht immer zuerst die helle Farbe drauf, denn eine dunkle Farbe lässt sich dann später schlechter deckend zeichnen mit einer hellen Farbe. So, nehmen wir jetzt mal an, das ist jetzt, wir sagen es einfach mal weiß und schwarz, machen wir natürlich zuerst weiß und dann die schwarzen Streifen. Ihr könnt es frei handmalen, weil so exakt wie auf der Anleitung braucht ihr auch nicht vorzugehen. Denn nicht jeder Panzer sah da damals gleich aus. Und dann macht ihr einfach mit eurem Pinsel, macht ihr dann einfach hier euer Tarnmuster rein und dann sieht es dann auch ganz gut aus. Wie gerade wichtig, zuerst mit der hellsten Farbe anfangen und dann macht ihr die dunklere dann zum Schluss. Hier ist es natürlich ganz einfach, hier ist es nur in einer Farbe fertig. Dann haben wir hier hinten, haben wir auch nochmal eine Variante, diesmal mit drei Farben und natürlich machen wir es dann so, wie ich es schon gesagt habe, wir fangen immer mit der helleren Farbe an und gehen dann immer weiter ins dunkle rein. Das ist natürlich auch eine sehr interessante Tarnvariante, sieht auch dann wahrscheinlich am Ende auch sehr gut aus. So, hier haben wir unsere Abziehbilder, ganz einfach, hier ist die vier, da ist die vier, das heißt wir schneiden die vier aus. Und legen sie in Wasser ein. Was ich euch als Tipp gebe, es ist ein sogenannter Silberungseffekt, so sprechen wir darüber. Und zwar, die Panzer sind nicht glänzend lackiert worden, die haben eine matte Farbe, das ist klar. Und je rauer eine Oberfläche ist, das kennen wir zum Beispiel mit einem Aufkleber oder sowas, versucht man einen Aufkleber an eine Raufasertapete ranzukleben. Der bleibt wesentlich schwerer dran kleben als zum Beispiel auf der Küchenplatte. So, das heißt also, wenn wir unser ganzes Modell lackiert haben, machen wir da, wo wir unsere Abziehbilder hinmachen wollen. Zum Beispiel hier mit der 01, farblos, wichtig ist hier, muss ich euch mal ranzoomen, wichtig ist glänzend. Glänzend ist ganz wichtig, denn das macht eine sehr glatte Oberfläche und darauf wird dann euer Abziehbild dann halten. Abziehbild, euer Dekal. Oder, wie man es ganz genau sagt, ein Nassschiebebild. So, also habt ihr dann hier das ganze Areal jetzt klar gestrichen und wird natürlich auch ein bisschen glänzen, das ist nicht so schlimm. Und dann legt ihr halt euer Dekal in lauwarmes Wasser rein, wartet bis es sich vom Trägerfilm ablöst und dann schiebt ihr es hier drauf. Und mit einem Wattebausch oder mit einem trockenen Tuch macht ihr dann das überschüssige Wasser weg. So, nachdem dann eure Dekals getrocknet sind, könnt ihr das ganze Modell nochmal versiegeln. Und zwar mit Klarlack, aber diesmal matt. Matt und Klarlack, das ist wichtig, denn sonst glänzt euer Modell später. Und hier kommt dann auch keine Luft mehr rein, denn nach mehreren Jahren fängt an, das Dekal sich zu lösen, weil hier hinter sich Luft gebildet hat und hat dann diesen silbrigen Hintergrund. Und das sieht natürlich nicht schön aus, vor allen Dingen hier bei so einer Nummer, wo hier überall noch der Trägerfilm noch mit dran ist. Ist ein kleiner Trick und den könnt ihr dann gerne machen. Ja, ansonsten gibt es bei sowas nicht mehr viel zu erzählen. Wenn ihr natürlich dann euer Abziehbild habt, guckt mal, das ist jetzt ein etwas älterer Panzer, den ich mir jetzt geholt habe. Oder er liegt schon ein bisschen älter bei mir drin. Jetzt muss ich mal gucken, dass ihr das hier ein bisschen seht. Mit dem Licht, wo dann diese Trägerfolie ist. So, da war es. Habt ihr es gesehen? Mal gucken, ob ich jetzt die Einstellung nochmal finde hier. So, hier seht ihr es ganz gut. Und zwar, das Abziehbild, das Dekal ist auf einem Trägerfilm drauf. Und hier seht ihr, ist der Trägerfilm um das ganze Dekal noch herum. Hier könnt ihr dann zum Beispiel mit einem Messer oder mit einer Schere das noch abschneiden. Das ist besser. Denn sonst sieht man das eventuell nachher. Diese olle Trägerfolie noch auf dem Modell mit drauf. Wäre natürlich nicht so schön. Und hier bei der Zahl. Innen drin könnt ihr es nicht ausschneiden. Also schneidet ihr hier schön am Rand aus, dass dann das meiste von diesem überstehenden Rand weg ist. Und dann, wie gehabt, müsst ihr nur aufpassen, weil das Balkenkreuz ist schwarz und weiß. Nicht, dass ihr das Weiße dann auch noch mit abschneidet. Braucht man gute Augen. Aber das lässt sich alles machen. Gut. Bei Fragen, fragt entweder in den Kommentaren oder bei uns in der Gruppe. Und dann wird euch definitiv geholfen. Und auch wenn ihr Ideen habt, wovon man noch ein Video machen kann, dann schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, es kommt noch ein Video mit Einzegliederketten oder generell mit Ketten. Was wir da für Möglichkeiten haben. Und auch, was man dann für Tricks machen kann. Wenn man zum Beispiel eine Vinylkette hat, also diese Gummiketten, dass die dann nicht, weil sie ja sehr gerne starr sind, haben wir dann immer das Problem, dass die Kette dann nicht so schön hier auf dem Fahrwerk aufliegt, wie bei dem Panzer jetzt hier, wie auf dem Bild, sondern dass sie meistens hier oben dranhängt, weil sie schon so gespannt ist. Und dann gibt es natürlich mehrere Tricks, wie wir die dann von hier oben nach unten bekommen. Aber dazu später mehr. Gut. Ich wünsche euch frohes Schaffen und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, fragt. Bis denn.